dann starte ich schon mal und es geht direkt los und jetzt müssen wir das reinschreiben schreiben der geschichte wird rein falls noch nicht kennst du musst du euch mit der wird diese versuche erklärt ohne druck spielen wir so und dann muss man halt werden wie stelle post funktioniert das hier nicht verraten was du meist was da und was der text ist ach scheiße wer ist das dann das wäre ein insider von nun woher was ich nicht kenne okay das lustige eine ganz nahe du bist schon fertig noch was ich ne irgendjemand ist ja schon fertig es gibt dann zeitdruck also wenn die hälfte fertig ist dann gibt es ein zeitdruck dann gott ich zeichne hier richtige scheiße hin ja so kennt man es ich zeichne meine schönen strichmännchen so recht hier nur kein stress ich habe auf kein stress eingestellt jetzt ist knapp dass man es vielleicht noch erkennen kann da kommen die zeit knapp wird dann na toll ja muss reichen wenn die leute so schnell fertig sind jetzt muss ich erwarten was dort gemalt ist so funktioniert ach du schande okay ich glaube so sehr daraus hat erst mal hier hier ich bin zu groß gemalt verdammt das kleine malen hier sehr schön hat ein buckel genau verdammt wer wird denn da so schnell fertig meine frisse so so hier hat doch hier ich habe nicht mehr viel zeit das fülle tool ja hey juhu juhu anzeige monos manuell vorlesen aus wieso vorlesen aus vorlesen ist das beste ich mag das nicht mit vorlesen ausstellungsablauf wähle aus die alben von anfang an oder ändern gezeigt werden mach einfach standard okay gut mein album modi ist ein eis toll was hast du gemacht du hast es bekommen du hast ein eis gemalt über ja ist übrigens super wenn du sowas machst mit leuten die uns nicht kennen also ja deshalb man mit warte schlägt ein eis immerhin ist geblieben ja wow schön kann man es jetzt auch sehr schön runterladen und später auf das kurz veröffentlichen weiter modis mario crossblade peach oha ich weiß was daraus geworden ist so ein trick ich weiß nicht okay oh god mario crossblade peach mario ist transvestitist traurig was hast du gemacht ich habe versucht es zu machen da habe ich einen Versuch mit kleid also mario mit kleid ich bin nicht ganz fertig geworden oh man sehr schön album vom fisch apfel und banane nach okay ich glaube das ich weiß was daraus wurde das habe ich gemacht das hat gabi gemalt apfel und banane nach tomate die banane ja ist eine tomate daraus geworden und modi hat gemalt ja ist doch ist doch einigermaßen kann man noch kann man auch als absehe erkennen kann man unter umständen also ich meine gar nicht schlecht eine gute runde so gar nicht der heimwerking ist das ist du ab zum dix aber hey heimwerker king ich habe versucht zu müssen heimwerking ins mal mit der krone habe ich noch ein bisschen versucht den donut mal ein bisschen ja der könig hämmert einen donut ja gut ja gut ist der gleiche da können auch Leute zukommen ich glaube fisch und garbage sind auch gegangen gerade wie ich sehe wir können auch noch eine schnelle Runde zu zweit spielen ja wow können wir auch mal versuchen es geht dann die ist schnell vorbei aha okay möchtest du es versuchen hey es macht mehr Spaß wenn mindestens vier spiele dabei sind müsst du wirklich fortfahren ja let's go wow es macht absolut keinen sinn aber es gab eine kleine warnung wow ja wow jetzt wissen wir was der andere mein gott was was soll das nur gewesen sein das das ich weiß nicht wer das jetzt geschrieben hat ja scheiße oh super ja sorry ich bin mit dem Haus schnell fertig geworden äh darf ich gar nicht sagen sonst weißt du ja was das sein soll ähm ich glaube die Runde ist auch danach vorbei ähm einmal schreiben einmal malen kann man dann sehen was dann einfach das ja komm so das ist wenn ich telefoniert mit dem gratif es wird schon ein Knoblauch werden hübsch ja haus wieso wusste ich das genau das kommt ja aber sogar falsch gemalt das Haus von Nikolaus Verge angesetzt ähm ja ja ansonsten ab 20 Uhr ab 20 Uhr streamt Sesselfuchs Gartik Fuchs ich meine wenn du jetzt hier keiner kommst dann dann können wir uns willkommen zurück Gartik Fohnen mit Sesselfuchs und anderen Leuten jetzt join bin ich noch zu hören hallo hallo hab ich rausgeschmissen aus dem Discord ne passiert ich müde achso war auf einmal so still ja Mike hat gerade Probleme reinzukommen die probiert es jetzt nochmal auf einmal so still hier so ja irgendwas ist mit meinem Runden zu viel sind immer so schnell vorbei aber ja besser als nächstes also ich hab's auch gerade eben schon mit Modi zu zweit gespielt ähm das ist dann das macht gar keinen Sinn ich möchte gleich starten hä du spielst bereits in diesem Raum was ah jetzt was äh ja jetzt 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 ich bin immer nicht ich bin ich rechne immer nicht damit dass ich mir was ausdenken muss ich kann das Spiel noch nicht ähm nehmen wir das naheliegendste jetzt geht die Zeit ja ich bin mal nicht dran ich dachte die ganze Zeit ich hab mich verschrieben aber es war wohl doch richtig jetzt wenn hier wieder Insider ausgepackt ist der arme Modi der weiß doch der kennt die ganzen Insider noch gar nicht wie war das sieht man das Transparente gradig vor und wenn man nix macht sieht man das dann ich weiß es nicht genau was ich immer mache ist entweder ich dachte jetzt ich kann das ganz ausfüllen aber ich ziehe jetzt einfach weiße Kreise drüber ich habe gerade einen Ohrwurm von von hier von DuckTest die ja die Moons Musik ein bekanntes Meme eine bekannte Meme Musik um Schnittstern abzuspielen ich muss mich voll konzentrieren um das zu mal so hat das hier aber noch Arme ihr müsst langsam zeichnen ich glaube ich werde zum Schnitt fertig das wäre so ein weiterer Grund für dieses Spiel sich ein Grafiktablett zu holen irgendwie auch nö wieder ohne also da ist es definitiv dann leichter muss ich nur wieder das finde ich bin zu dumm das ändert zwar bei mir nichts daran dass ich immer noch nicht zeichnen könnte dann aber es ist trotzdem glaube ich besser als mit der Tastatur ja ich habe zwar einen Stiftzucker aber das Problem ist ja ich habe also mein Tablet Laptop Schrägstrich ist ja trotzdem in der Laptop Stellung und nicht Tablet weil sonst sieht man mich ja gar nicht so das erkennt man hoffentlich ne wobei ich habe eine bessere Idee wie ich das machen kann ach so die okay die hat jetzt hier noch verdammt sehr schön und genau da liegen jetzt genug welche drauf gar kein Stress das sind Pyramide I'm ready ich noch nicht mit Nerven vielleicht auch aber auf jeden Fall mit dem Zeichnen okay okay so kann man es mal kann man lassen aber mein mein Stream puffert halt mega also das WLAN und nein du hast die Verbindung zu dem was doch es geht Gott mein Herz ist er raus oder was äh wat ja hä 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 was ist hier hä 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 ich weiß das erste Wort schon nicht wie ich das also hä äh 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 ich bin fertig drei vielleicht jo drei sekunden ich habe eine Vermutung was er haben könnte mhm körper genau kurz vor stück trinken ich glaube ich weiß aber wie ich es darstellen kann nur ich glaube nicht dass mir dafür die Zeit reicht und ich glaube auch nicht dass ich gut genug zeichnen kann das war ja relativ leicht zu malen das war das aufwendigste bild was ich in kartekfonie gemalt habe mit abstand bin begeistert lustig wäre es jetzt wenn ich noch wenn ich da jetzt ich habe keinen bock ich lass das jetzt so da heißt auf was weißt du meinst immer eine gute idee ne es kann theoretisch noch anders werden wenn ich das dann im negativ finde ich das dann das wäre noch jetzt eine geile idee aber nö jetzt habe ich es angepriesen jetzt muss ich es mal man kommt mal ist halt nein es muss größer so 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 jetzt schauen wir uns die Albums an es hängt schon Witter bei mir, das gibt's doch nicht Luca, du bist der Mod deutsches Internet, be like ja, Vodafone der heilige deutschen Löcher lairige performed action and that's that random, 22 speaking street, that's so sports parfait, with your growth, thing on, we are, we are currently on, there we are no – it's a way of, our largestziel67 but our – he, that's so cool- Das Gartics Phone ist zerbrochen. Das Gartics Phone ist zerbrochen. Das Gartics Phone. Ah, schön. Ah, das Gartics Phone. Das Gartics Telefon ist kaputt gegangen. Mist. Genauso ähnlich wie ich es auch gemeint habe. Ah, schön. Ja, aber deswegen, das Gartic hat gefehlt. Und leer. Hä, warum leer? Ihr funktioniert es nicht. Ah. Sehr schön. Irgendwie... Dessel im Bananenkostüm ist Banane... Banane... Ah, das... Schön. Ich habe es nicht gecheckt. Dessel im Bananenkostüm. Ich habe geschrieben, Banane ist Banane... Du hast gar nichts geschrieben, du hast leer. Das ist lecker. Aber es ist angekommen. Aber dein Lehrer ist beim... Bananes ist Banane. Das ist ja meist so komisch, weil ich habe ja trotzdem noch mitgespielt. Es ist angekommen. Der Lümmel trinkt das Wasser. Ja, das war vermutlich der Lümmel. Aber ja, Lümmel ist geblieben. Also, ich wusste noch nicht, wie ich es malen soll. Wahrscheinlich sieht man meine Zeichnung ja eh nicht. Es ist jetzt hier wieder leer. Es ist irgendwie bei dir funktioniert es heute nicht. Der Lümmel trinkt ein Glas Wasser. Aber es ist angekommen. Es ist durchgekommen. Deine Zeichnung habe ich ja gesehen. Ich habe die Zeichnung von Maikäfer gesehen. Die habe ich beschrieben. Ah, okay. Und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt... Hä, warum unruhiger? Ich habe geschrieben gehabt. Ähm... Ich habe geschrieben, wir haben frische Fische. Es wäre sehr viel lustiger gewesen. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Ja, also ich werde auch Just Chatting umsteigen. Das ist... Das hat ja keinen Wert. Ach Mensch. Komm, lass uns versuchen... Ja, ich starte. Nein, lass uns noch eine Runde... Komm, vielleicht klappt es jetzt. Vielleicht klappt es jetzt mit der nächsten Runde noch. Nein, ich weiß es. Tut mir leid, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Ach komm, für Modi. Der Modi. Mach's für Modi. Modi ist hier drin. Wir sind zu fünft. Na komm. Eine Runde kriegen wir noch hin. Vielleicht klappt es jetzt. Na komm. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Luca, starte die nächste Runde. Nicht aufgeben. Schnell bevor sie abhauen, ne? Lass uns das. Eine Runde schaffen wir noch. Wenn nicht, dann machen wir die zweite. Ja, jetzt. Ah. Na komm. Die ist aber raus. Die ist aber raus. Schaffen wir noch. Ach, das ist jetzt... Off. Ja, das sind ja nur noch vier von... Ah, verdammt. Dann spielen wir zu viert weiter. Quatsch. Was? 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 Okay. Wie male ich denn das? Äh. Äh. Was ist los? Ich verstehe den Satz nicht. Googlen. Nö. Ist doch einfach mal jetzt was anderes. Das ist sehr gut. Bin zum Spiel. Mhm. Sind wir jetzt noch zu zweit? Oder was ist jetzt hier los? Nö. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe dann einfach bestimmt was anderes gemalt. Ich höre nur noch uns beiden. Also Morty ist noch mit dabei, aber... Hm. Okay, das... Ja, das ist halt sich auch muted. Hä? Hm. Ich klicke auf Farbe ändern. Okay. Bei dir funktioniert es auch nicht, oder was? Doch, jetzt hat es funktioniert. Okay, aber wie mache ich das hier? Okay, der hat hier... Ich finde, es fehlt immer noch so eine... Tierfunktion. Warte, ich bin doch immer fertig, oder? Nein. Aber jetzt ist... Jetzt muss ich hier noch... Wie soll ich einen anderen Teil hier? Ähm. Gibt es noch... Äh. Äh. Hier ist die... Das kriege ich doch niemals fertig. Ähm. Ich kann meinen tatsächlich noch fertig, aber sie hört dann in Wahrheit nicht mehr so schön aus. Da kommt noch ein Gesicht rein. Na komm, was reichen. In einer kurzen Zeit. Äh. Äh. Ja. Seht ihr noch was anderes? Aha. Rechtschreibfehler. Ich will genau fertig klicken, aber das erlässt mich nicht. Wieso bist du schon fertig? Ja. Aber was ist denn... Lass uns doch mal... Lass uns doch mal zeichnen hier. Nö. Warum sollte ich? Ich würde auch nicht Zeit lassen, mein Bild zu malen. Mensch. So. Was? Nein. Doch. Doch. Nein. Zeitdruck. Ich weiß auch, wie dieses Bild zustande gekommen ist bei mir über dieser Satz. Okay. Hä? Aber das ist dann ein Emphasis. Habe ich ja mal jetzt wieder bekommen oder was? Wie kann denn das sein? Hat jemand den selben Satz wie ich geschrieben oder was? Ich finde es schon sehr interessant, dass es jetzt wieder hier mit rum ist. Ja. Die ist es left. Wut ab von B-Like. Achso. Wurde von Huhn. Tut uns leid. Cecil tut es leid, dass ihr WLAN nicht geht. Der Cecil ist leer. Ja, klar. Warum stand noch drin, weil es jetzt nicht dabei ist? Cecil hat schlechtes WLAN. Sessel hat schlechtes WLAN Ja, dachte ich, das ist dasselbe Sessel hat nichts gezeichnet und es kam ein weißes Bild und das hat noch nicht Ähm, nichts Das stimmt, da funktioniert Ja, okay Ach, das hat nicht funktioniert, weil Sessel noch mit drin war Ein weißes Bild Okay, das ist jetzt natürlich wenn Sessel nicht dabei war und ich mitgezeichnet hatte, dann ist dann natürlich das ist blöd für die nächsten Runden Da fehlt dann zwischendurch immer was Ja, nee, das ist jetzt ja nur da beim Start der Runde war sie nach drinnen und sind in der Runde rausgegangen Das ist jetzt blöd Wer anderen eine Gruppe gräbt Hat sich jemand verschrieben Was? Das ist eine Burg Das ist Notre Dame Ich hab den Satz bekommen Wer anderen eine Gruppe gräbt Warum das? Das Spiel ist kaputt Wer anderen eine Gruppe gräbt fällt selbst hinein Ja, es ist angekommen Sehr schön Trauriger Journalist in der Bäckerei Das hab ich gemalt Oh Lord, okay Ja, die Zeit war vorbei und dann kann ich die Bäckerei nicht mehr malen Kann ich die Bäckerei nicht mehr malen Aha Okay Ja, leer Ich glaub ich Wenn die auf die Idee kommen dass das ein Journalist ist Ja, ein Typ mit einer Kamera Das ist Wie soll ich einen Journalist sonst malen? Das ist Ich hätte noch Vielleicht die Kamera um den Hals hängen und hat ein Notizbuch in der Hand Ich hätte noch ein Notizblock malen können aber die Zeit war dann auch schon knapp Hm Sänger öffnet ein Geschenk Oh, sie hat was geschrieben Der Sänger kam nicht rüber Ja Juhu Jemand kiekt ein Geschenk Kiekt Ich hätte vielleicht das R vergessen fällt mir ganz auf Jetzt ist Mike hier auch raus Wollen wir noch zu dritt weiterspielen? Nee Das macht glaube ich keinen Sinn Mit Mike Kiefer wär's jetzt noch Können wir noch zu dritt weiterspielen Ohne Sessel Ohne Sessel wär's jetzt Ohne Sessel wär's da zu viert noch Dann wär's jetzt besser Dann wäre dann Ja, schlussendlich ist ja Ich glaub für sie Sie ist jetzt auch Es macht jetzt keinen Sinn mehr Ich glaub wir haben jetzt zwei Runden Anderhalb Anderhalbrunden gespielt Ja, eher eine Runde Das waren ja zwei halbe Runden Ja, nein die zweite Runde war jetzt irgendwie nicht richtig Weil irgendwie Sessel nicht mehr mit dabei war Ja, die hat sie auch schon nicht Weil sie da immer auch ihre Sachen gefehlt haben Ja Sehr schön Ich glaub das war's jetzt hier Nächste Runde So Na dann Das passiert wenn ich zurückkriege Komm auch gut Vielen Dank für's Spielen Braucht man wieder toll Na dann Das war Garthic Phone Ja Ja Das war's jetzt Ja 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 Ja